So, was geht denn ab? Grüße euch erstmal! Heute Abend wollte ich sagen, gibt's den ersten Stream aus Portugal. Gut, gestern gab's einen Test-Stream auf Clers Kanal, aber das haben nicht viele mitgekriegt, denke ich, mal einfach. Ähm, ja, aber jetzt gibt's dann den ersten Stream aus Portugal. Ähm, ja, ich hoffe ihr seid mit dabei. Ich werde jetzt noch gucken, ob ich mir einen Stuhl besorgen kann. In Portugal kann das gerne mal ewig dauern, bis du irgendwie von A nach B kommst, weil die Busse irgendwie tausend Kilometer um den eigentlichen Punkt herumfahren und so. Und ich hoffe, ich krieg den auch mit der Hand mit, so mit Bus und so dann, ne? Gut, ich hoffe ihr seid dabei. Heute Abend gibt's den Stream mit oder ohne Kondom, scheißegal. Heute wird's auf jeden Fall gemacht. Mal sehen, wer von euch mit dabei ist. Ich hoffe, ja, ich hoffe, dass einige von euch mit dabei sind, beziehungsweise dass man sich mal wieder liest. Und tja, ich würde sagen, haut da rein, bis später. Ach, warte mal, die Zeit, ne? Die Zeit. Wenn bei euch 19 Uhr ist, ist es bei mir 18 Uhr. Ich muss noch einen scheiß Stuhl holen gehen. Ich würde sagen, bei euch 19 Uhr, bei mir 18 Uhr. Also Leute, haut da rein, bis 19 Uhr auf Twitch.de wie Affenklapper. Bis demnächst und tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.